Wir haben irgendeinen Schildträger? Ja! Oh, schön! Ich sag doch easy money! Hab einen manipuliert? Quasi, orientierungslos, ne? Ja, ja. Chris, in die Richtung! Jetzt geradeaus ist einer rausgegangen. Das war Bug, der war kurz orientierungslos. In die Richtung. Aber er ist wahrscheinlich weg, oder? Danke! Ja. Die haben jetzt die große Tür aufgemacht. Fuse. Also ich hab so viel aufgelen. Huh! Also Chris, ich lad auch vorher schon nach, ne? 1-R4 remaining. Ne, ich mach's nicht. Nach, komm! Lol. Dein Ernst, dein Ernst! Mein Ace! Klaust du einfach mein Ace? Dein Ernst! Oh nein! Nein! Mein Schiss heute ist gut, wir haben gewonnen. Jetzt hab ich wenigstens 30 für unter 40 Prozent. Ne, das gefällt mir jetzt nicht. Jetzt bin ich sauer. Jetzt hör ich auf. Wup! Oha! Nicht, dass ich ein Treffer wäre. Auf dem Raum ist verankert. Ah! Hallo! 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 Lege ich richtig in der Annahme, dass ihr... Hä? Oh ja. Jetzt sagen wir bitte, dass ihr an uns hordt. Ihr sagt mir dann, ob wir das nur Qu wondered haben. Scheissschild!! Ne, drecken! Jaaaa, ne Take el! Juuu! Ich bin grad froh, weil ich nur 19 raj drauf habe. Ich bin bisschen overacting. Neii! Okay. Ich muss jetzt andersrum gehen, glaube ich. Ja, ist nicht mehr safe da. Wir haben noch einen Evolve-Typ, die tun sich bestimmt absprechen. Wer war hier? Wo ist er denn jetzt? Was? Der ist in der Küche. Nein! Es war das Mädchen, nicht ich. Ah, ich bin verfolgt. Blackbeard. Nice aimbot, der Tiere ist euch genau gesehen. Ach, da ist der. Okay. Sag das doch. Da ist er. Das ist getan. Ich lauf so. Ach da. Lalalalalalalalalalalala. Das war ja grad irgendwie tanzen. Komm, wir tanzen ne Runde. Lalalalalalalalalala. Du enttäuscht mich auch immer wieder. Für dich gibt's heute Abend kein Leckerlie. Ich finde es heute auch für irgendwelche Gewehren zweibein als Aufsatz geben. Das wär auch geil. Für dich haben wir als Blackbeard. Oder wir sind da noch. Easy. Das war der Beste von denen, ne? Aber jetzt ist easy. Wenn du das jetzt verkackst, krieg die Arteria dafür Schläge. Schieß mich! Erschieß mich! Erschieß mich! Erschieß mich! Erschieß mich! Erschieß mich! Erschieß mich! It's just a prank! Debated son! Echtz! Hier sind Kapkandrähte und Kastebarrikaden. Aufpassen, ne? Wo? Ah, ich hab nur einen verletzt. Scheiße! Das war glaub ich... Ja, jetzt ist er down. Ich glaub es war down. Hier oben im Cockpit bekämmt mich einer. Ist einer. Bei Chris muss irgendwo Kontakt sein links oder so gleich. Boah, hast du da? Ja. Da muss er sein. Vor dem Raum, Chris, war gerade eben einer. Du hast eine Sprengung? Hast du Sprengung? Hast du Sprengung? Hast du Sprengung? Nein. Ihr habt keine Zeit mehr. Ich hab vermissen. Warte, warte. Warte, warte. Warte, da kommt einer, Chris. Chloby. Ich hab keine Zeit mehr. Oder? Ne, das war... Meister. Ihr habt's nicht mehr lange. Komische Drohne. Super. Ihr müsst rein. Links. Ich bin tot. Ja! Ey, geil wie? Verdammt, Jenny! Also machst du morgen Klauschen in der Wicht, als du rüber gesprungen bist? Ja, ich bin... Ich bin während des Sprungs rüber. Ich bin gggeiler. Also da hinten ist einer. Nee. Vor allem der schießt mir kurz auf den Fuß, oder... Er kann ja nur den Fuß getroffen haben. Ja, Tera, wo gehst du hin? Hier auf den Trip. So. Julie, bist du bald für eine Reise? Komm her, komm her, komm her. Beam me down. Wow! Habt ihr echt gut gemacht. Bravo! Hey, Leute! Leute! Ihr seid scheiße. Ja. Also ich bin mir... Ich bin mir recht sicher, dass Bandit sich grad'n mega erschreckt hat. Hast du die echt gesehen? Der Strom drauf hat. Ne, was hat die denn? Gerade das leer. Ja, der steht da schon in seinem Hammer in der Ecke. Bist du aber recht. Und ich denk mir nur so... Tu es! Alter, der ist weg, glaub ich, ja. Ja, der ist da in der Ecke. Nice, grüß. Ich hab ihn infiziert. Michi? Ja? Ist doch schön mit dir. Ich hab ihn gespottet und dann gewinnt. Michi? Ich muss dir jetzt etwas wichtiges sagen. Nein! Ja, renn einfach hin und sterb. Tschüss. Ich hab ihn geflogen. Ihr seid scheiße. Ich bringe dich schon selber um. Jungs, Jungs, Jungs. Ihr seid scheiße. Wie die Lämmlinge, Alter. Ja, sag doch, dass der am Fenster ist. Ja, ist ein Gleis am Fenster. Danke! Der ist nicht mehr bei dir, Michi. Ähm. Wo war... Oh, der ist hier ja. Oh, der ist hier ja. Oh. Omnitronen. Ich spreche zu dir aus dem Jensei. Du Ficker. Setz ist oben. Nicht total geil. Hey, Glass. Ich spreche zu dir aus dem Jensei. Glass kommt links. Glass kommt links. 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 Das andere links. Genau das links. Aber guck auch da, weil da einer auch kommen kann. Ja, da kommt ein Sledge. Ja, da kommt ein Sledge. Ich bin überall gekommen. Ja, da ist Sledge. Oh mein Gott. Man hört aber nur so einen Hammer ab. Okay, das Sledge kommt gleich wieder zurück, weil er gemerkt hat, dass das scheiße ist. Jetzt ist er an der Tür. Jetzt ist er an der Tür. Ja, die Kamera gucken hier. Ach jo, da. Scene. Er ist drin. Er ist drin. Thank you. Ja, danke. Ich hab den immer noch. Ich hab den immer noch. Ich hab den immer noch. Sledge. Hallo. Was für einen Spaß. Hallo. Der nächste Splash stirbt noch. Aber. Das ist auch wieder kacke. Das war so lustig. Glasguck. Geht wieder weg. Glasguck. Hallo. Michi drohen. Hallo. Ich bin auch noch hier. In dem kleinen Raum ist einer Camp. Castle. Okay. Er hat gerade mit mir zu tun. Er hat immer noch mit mir zu tun. Er kriegt meine Drohne nicht. Okay. Jetzt hat er so. Bist du twitch oder was? Ne. Nur normale Drohne. Das kann's halt hinter der Herran. Okay. Aber nicht bekommen. Junge. War nur die Cam die ich da oben festgestellt hab. Alles cool. Alles easy. In dem kleinen Raum ist Castle. Wie gesagt. Welcher kleine Raum? Entschuldigung. Da wo Leon ist. Ja. In dem Raum. Vielleicht sollst du nicht direkt pushen Leon. Kann aber auch sein, dass er durch den Loch oder warst. Ich hab ein bisschen getroffen. Okay. Durch den Schlitz. We're running out of time. Reloading. Nein. Der kam raus. Und nur. Echo. Raus gepusht. Als ob man. Links von dir ist ein Loch. Da hinten durch. Hinten durch. Hinten durch. Ja. Ja. Guck mal. War das nix? Äh. Ne. Aber ich hab's nicht sehen. Weiß es nicht. Weiß nicht. Doch, das war nix, das war nix. Ja! Was macht ihr da? Ich weite jetzt alle meine Kameras. Kameras, beat up and running. Kann ich das nicht mal so an deinen Körper anbringen, damit ich... Ich bin jetzt tief verletzt. Könnt ihr mal ein paar dieser Drohnen kaputt machen? Wir haben eine Rattenplage. Ich hole die Drohne. Hab sie! Ich hab sie! Was? Dein Ernst? Dein Ernst? Ich wollte dir auch nur 5 HP abziehen. Entschuldigung! Fick dich! Mario? Mario, rächt mich. Mario, rächt mich. Was ist passiert? Rechts! Er will dich umbringen! Nein! 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 Er schieß ihn! Er hat's grad nicht umgebracht. Er macht jetzt Teamkills. Er schießt hier niemanden, ob er das wirklich was sagt. Er schießt hier nicht erst mal ein, ob er es schießt in die Regel mit einem Moment an Ich hab nur noch einen Teele mitgebracht. Eindrüst dich mit einem Schauspieler, auf einmal! Und hier, wir werden es gerade auf einmal!